In genau zwei Monaten, am 8. Mai, wird es ernst für César Samson. Da tritt der Linzer als Kandidat für Österreich zum ersten Song Contest Semifinale in Lissabon an. Mit welchem Lied, das ist ja noch ein ganz großes Geheimnis, also wie es klingt, aus welchem Genre es kommt. Morgen früh wird der Song Nobody But You erstmals im Ö3-Wecker gespielt werden. Aber Dietmar Petschel aus unserer Kulturredaktion hat da gemeinsam mit den Kollegen von Ö3 eine brillante Idee, damit wir heute nicht nichts hören müssen. César anplagt. César Samson. Das Experten-Team rund um Radiolegende Eberhard Forcher hatte auch heuer wieder die Qual der Wahl. Die Entscheidung für César Samson ist den Song Contest-Profis aber dann letztlich recht leicht gefallen. Es ist einfach das beste Gesamtpaket gewesen. Er hat eine großartige Stimme, sehr charismatisches Auftreten. Dann haben wir ein Team natürlich im Rücken vom César gehabt, das schon sonkenes Erfahrung hat. Einmal zweiter Platz, einmal vierter Platz für Bulgarien. César hat selber am Song mitgeschrieben. Also das stimmt einfach im Prinzip alles. Schon mehrmals war César Samson als Gesangstrainer und Background-Sänger für das bulgarische Team beim Song Contest. Im Vorjahr erreichte sein Schützling Christian Kostov den zweiten Platz. Diesmal steht der gebürtige Linzer selbst im Rampenlicht. Wenn man das Zeug dazu hat, muss man es vor allem zulassen in sich. Wenn man kreative Energie hat, muss man zulassen, dass sie rauskommt. Man muss sie nicht raustreten aus sich. Wenn man eine Stimme hat, dann muss man sie nicht rauspressen. Das ist etwas, was ich als Gesangslehrer sagen kann. Man muss sie hinauslassen. Einige der Mitbewerber, gegen die sich César Samson in Lissabon durchsetzen muss, sind schon bekannt. Vom zugänglichem Dance-Pop bis zu brachialem Hardrock ist wieder sehr viel möglich. Das Coole am Eurovision Song Contest ist die Vielfalt. Es wird immer von Diversity geredet und so weiter. Aber ich finde auch die musikalische Diversity sollte aufrecht bleiben. Das heißt, es sollten sehr sophisticated Beiträge erlaubt sein und auch geschätzt sein. Aber man kann auch mal einfach ein gutes altes Schunkellied machen oder einen Witzbeitrag. Und das macht es irgendwie auch so interessant. Eine erste Kostprobe seines Liedes hat César Samson heute im Ö3-Studio gegeben. Wie klingt es dann mit Instrumentierung und allem drum und dran? Morgen im Ö3-Wecker hören wir es dann in voller Pracht.